Was haben die denn vor? Ich glaube, sie wollen uns ein kleines Ständchen singen. Es ist ein besonderer Anlass, wisst ihr? Sie hatten ja schon lange kein neues Publikum mehr. Augustus Glupsch, ein Berg aus Fett, der fräschigt, dumm und nicht sehr nett. Augustus Glupsch, ein Fall für sich, ein weißer Sack ganz widerlich. So nimmt sein Schicksal seinen Lauf, wir schießen ihn durchs Roh hinauf. Doch Kinder, jetzt seid nicht entsetzt. Augustus Glupsch wird nicht verletzt. Augustus Glupsch wird nicht verletzt. Und ich gestehe es gerne ein, er wird schon leicht verändert sein. Räder drehen sich ringsum her, geschüttelt und gerührt wird er. Ein Kloß, wie's ihn nur einmal gibt. Und dann von aller Welt geliebt. Denn die war er so angenehm, wie als ein Stückchen Schokopel. und dann von aller Welt cheier bei uns nicht der Welt latitude über die chatter die Musikkro bellt sich in den Krieg des Kubikums. Die war er so angenehm ist, wenn siespanders reelteilen ihn nicht mehr oder die beschwung erricht. Gott, 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 Kristoff. Untertitelung des ZDF für funk, 2017